Feuer und Flamme der Bundeswehr, gegen Krieg und Militär. Feuer und Flamme der Bundeswehr, Iran, Afghanistan, Türkei, bei jeder Schweinerei ist die BRD dabei. Deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mit dem anderen Welt. Hey, 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 hey. Wir finden, dass der G7-Gipfel undemokratisch ist und intransparent ist. Und wir finden auch, dass bei dem G7-Gipfel oder von den G7-Staaten militärische Aktionen in aller Welt ausgehen. Und deswegen haben wir heute den antimilitaristischen Aktionstag. Und deswegen sind wir hier heute zu dem NATO-Marschallcenter gezogen in einer Demonstration. Pro, die internationale Solidarität! Ansonsten wäre es cool, wenn ihr vorwürgt und haltet euch, schaut ihr zugleich links und rechts neben euch jemanden ab. Das ist ein gewisses Dingerhaltsding, das wir dann für uns haben. Recht, die Macht der Banken und Konzerne! Recht, die Macht der Banken und Konzerne! We know that what's killing children are things that are preventable. Malaria, HIV and AIDS, and other things that we know how to deal with. So we're asking G7 leaders to make specific commitments so that those issues can be dealt with. And we can get the number of children dying each year down from just over 6 million down to zero. Save the lives of children, especially the most vulnerable in some of the most difficult parts of the world. We have the climate summit in Paris at the end of the year, so they should be more engaged to focus on climate change just here in the mountains. We recognize that the ice is going away, that the environment and people suffer from climate change and that's the reason why they have to focus on it.